Die Bretter, die die Welt bedeuten, gibt es auch in Berlin-Lichtenberg. Bluebox heißt das Kinder- und Jugendbildungswerk. Tanztrainer, Schauspiel- und Gesangscoaches arbeiten in der Bluebox mehrmals in der Woche mit Kindern und Jugendlichen. Von außen unsichtbar wachsen hier in der Paul-Zobel-Straße junge Menschen über sich hinaus. Und für viele der Kids, die hierher kommen, ist dieser Ort ein zweites Zuhause geworden. Gemeinsam sein, alle sind zuhause, niemand ist allein, wir können alle doch gemeinsam sein.